Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr in einer Excel-Tabelle alle Formeln anzeigen lassen könnt. Ihr braucht dazu den Registerreiter Formeln und hier findet ihr eine Schaltfläche Formeln anzeigen. Einmal draufklicken und schon seht ihr alle Formeln. Das ist zum Beispiel dann ideal, wenn ihr in einer Tabelle nach Fehlern sucht und die nur schwer finden könnt. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald bei tippscout.de.